Der Film-Kunst Willkommen! Canedo ist mein Fremdenführer hier in Guanajuato. Ich habe jetzt alles, wonach ich mich gesehnt habe. Ihr Visum gilt nur noch für kurze Zeit, Senor Eisenstein. Wir müssen dieses Ding zu Ende bringen. Was, Mr. Kimbrough, ist für Sie dieses Ding? Er hat keine Ahnung, wie man Filme macht. Vergifteter Kaffee? Ja! Salud! Guanajuato! Zehn Tage, die die Welt erschütterten. Ich betrachte diese zehn Tage als die zehn Tage, die mich erschütterten. Eisenstein. Wir sind ja. Zehn. Ich bin ja.